Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Stranded Deep, wo ich gerade gesehen habe, wir wollten gerade zu einer anderen Insel und ich habe gerade eben schon den Hai gesehen, der hier schon auf uns wartet, aber weißt du was, wir haben ja gespeichert, was soll uns schon passieren und vor allen Dingen nutzen wir wieder unseren kleinen, also ganz ehrlich, weil man jetzt so ganz lange ganz einsam ist hier auf dem Inselatoll, tralala und da ist man schon sehr geübt mit der rechten Hand, weil man ja so viel Ruder hat, zwischen den Inseln, weißt du, das ist der Grund, der geheime, deswegen können wir ja ruhig mal durchziehen, das ist ein bisschen realistischer, wenn wir hier sagen, okay, wir rudern mal richtig schnell, weil wir haben im rechten Arm so viele Muskeln aufgebaut, weil wir so lange schon so einsam sind, dass wir alleine rudern müssen, ohne Hilfe. Erstmal ein Sunkes trinken. So, da sind wir auch schon mal da in der Insel, diesmal wurden wir nicht vom Boot gestoßen, da freue ich mich sehr und ich glaube, ich sehe da auch noch ein paar andere Palmen, wir können da also schön fröhlich durch die Gegend holzen, wir können da alles mitnehmen, was wir fröhlich sind, wir müssen nur unsere Insel dann wieder finden. Was bisher ja immer ganz gut geklappt hat, ich hoffe einfach mal auf ein weiteres Mal, ich hätte vielleicht vorher noch was essen sollen, aber andererseits, wenn es hier Palmen gibt, dann gibt es ja auch Kokosnüsse. Es ist einfach die Insel, die größte Insel da in der Richtung, die können wir kaum verfehlen. So, hier können wir theoretisch die Dinger auch zu Gemüse verarbeiten, zwei Stickies kann ich schon mal mitnehmen, das ist super, ansonsten müssen wir mal gucken, ach guck mal, Lashings können wir ja theoretisch auch mitnehmen. Aber so mega viel Holz kriegen wir ja glaube ich nicht, weil wir ja schon gebaut haben. BZW, ich glaube wir waren von Anfang an auch nicht so wie Palmen. Naja, nehmen wir mal diese hier. Die ist eh illegal, die wechseln in der Luft und wir haben noch die, wo wir aufs Schiff raufgeklettert sind, die können wir auch noch holen, das ist gut, da kriegen wir noch eine Menge Holz raus. So, Kokosnuss technisch, ja gut. Na. Hau an das Ding. So, so, so. Plups. Zum Glück fliegen ja nicht einmal durch die Gegend, die Dinger. So, ich hau mir mal ganz so ein bisschen was zu Speisen rein. Und ich saufe die eh mal gleich aus, weil, ganz ehrlich, das ist ja sonst Verschwendung. Und ich will ja nichts verschwenden hier, so. Weiß gar nicht, wie wir brauchen, vielleicht reichen einfach zwei und wir aber halten die anderen nochmal für nachher, bevor wir wieder losrudern. Unsere jetzige Aufgabe ist auf jeden Fall Holz besorgen. So, wie sieht's aus? Alles super. Gut, dann können wir direkt loslegen. Ich hätte vielleicht eine zweite Achse mitnehmen sollen, aber ich hoffe einfach mal, diese hier reicht noch einigermaßen. Denn ich glaube, Steine haben wir hier nicht mehr. Die Steine haben wir, glaube ich, schon rübergeräumt allesamt. So, oh, Sekunde. Ich habe wieder vergessen, die Stoppuhr zu starten, damit ich auch ja nicht über 20 Minuten komme, wie sonst immer. Verstehst du? Ich achte immer sehr genau. Bei Stranded Deep und Forest achte ich immer sehr genau darauf, dass wir hier 20 Minuten einhalten. Gerade bei den Survival Games. So, da haben wir gleich noch eine fliegende Palme im Hintergrund, das ist sehr gut, aber ich habe die Befürchtung, wir hätten vielleicht doch noch eine zweite Achse mitnehmen sollen. Ich hoffe mal, die hält hier einigermaßen. Aber Sticks haben wir, Lashings können wir auch noch mitnehmen, notfalls. Ach, was mache ich denn hier? Ich muss hier nochmal reingucken, immer. Das hier sieht aber ganz gut aus. So, und die grünen Dinger, also die, die grünen Dinger, die Palmenwedel, sammle ich einfach mal alle am Strand. Weil, sollten wir aber welche brauchen, dann haben wir die gleich alle da zentriert. Dann müssen wir da nicht großartig rumsuchen. Na, komm schon. Eins, zwei, drei, vier. Lalalalalalalalalala, lalalala. Weiß gar nicht, wie wir jetzt haben. Broch. Boah, stell mal vor, in Forest brauchst du irgendwie 300 Baumstämme und musst dann hier so langsam, ich meine, ich fände es geil, wenn es so wäre, habe ich ja schon mal erzählt, ein paar Mal. Aber, das würde, oh, wie lange das dauern würde. So, wir können noch ein bisschen. Dann bringe ich dich mal zurück. Weee. Da liegen auch noch ein paar Stickies. Ah, hervorragend. So, die bringe ich mal hierher. Da haben wir noch ein bisschen, da haben wir ja auch noch Kokosnüsse rumfliegen. Sehr gut. So, die nehme ich mal mit. Eins, zwei, drei, vier. Wie lange haben wir jetzt noch? Ah, sechs Stück können wir noch mitnehmen. Dann, nein, wir können noch zwei Stück mitnehmen. Ich müsste mir vielleicht auf jeder Insel mal eine Axt zurechtlegen. Das wäre eigentlich auch ganz cool. War ich nicht? Ach, das war das, das war der Stumpen, den ich gesehen habe. Okay. Äh, ich müsste mir mal auf jeder Insel eine Axt zurechtlegen, weil dann würden wir einen Inventarslot sparen, wenn wir, wenn wir rüber setzen. Dann brauchen wir die Axt nämlich nicht mitnehmen, sondern hätten hier direkt eine und könnten uns drüben auch noch eine neue machen. Hallo? Ich habe die noch mitgenommen. Kollege Schnürschow, komm mal ran. Die kann ich eigentlich jetzt direkt schon mal. So, dann haben wir die hier. Ich würde auch sehr gerne noch die aus dem Wasser holen. Wie sieht's aus? Ich habe noch vier Kokosnüsse, kann ich mitnehmen. Für den Strand. Eins, zwei, drei. Und dann holen wir uns diese Palmen hier auch noch. Sonst gibt's hier auf der Insel keine Palmen mehr. Da müsste ich anderswo gucken. Haben wir hier Kokosnüsse drauf? Jo. Kann ich die nicht einfach... Das ist auch egal. Die fallen jetzt eh runter. Ich dachte, ich kann die vielleicht einzeln abnehmen und dann schon mal einsacken, aber so Dats habe ich gar nicht. Sooo, tju. 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 Da flog er mit der nächsten Palme zurück zum Strand. So, drei Kokosnüsse haben wir in der Tasche, hier haben wir die, der Kokosnussvorrat ist da vorne, dann baller ich die einfach mal mit dazu. Der Ordnung halber, dann haben wir alles hier am Strand. So, alles schön ordentlich, alles schön aufgereiht. Dann brauchen wir es nur noch abholen, wenn wir es brauchen. Einmal können wir glaube ich noch herkommen wegen der Palmen. Ui! Ui! Eins, zwei, drei, vier, ich glaube das ist voll, ne? Ja. So, auf dem Schiff brauchen wir eigentlich auch nichts. Ich mag das zwar mit der Palme, die da ganz gackig so runterbaumelt, aber ganz ehrlich, die hätte ich dann doch lieber... Ich kann mir vorstellen, dass wir mit einem Feuerwehrschlauch rumlaufen oder mit anderen Dingen. So. Dann haben wir hier noch vier, acht, lalala, 16, da haben wir noch 16 Stickys. Hier haben wir auch ein paar im Inventar, zwei Stück könnte ich noch mitnehmen, das wäre natürlich schön. Vielleicht mach ich das einfach mal und vielleicht lass ich, vielleicht lass ich die Axt wirklich hier. Dann können wir noch ein paar mitnehmen. Oder vielleicht löst die sich auch gleich ein Wohlgefallen auf, dann brauchen wir gleich eine neue. Das Problem ist nur für Äxte, da brauche ich natürlich Steine. Und Steine sind ja leider selten Ware. Um das mal so auszudrücken. So, komm schon. Schnarch! Schnarch! Eins, zwei, drei. Gut. Okay, die Kokosnüsse kann ich ja eh wieder, wie sieht's aus? Ach, ganz easy going. Eins, zwei, drei, vier. Dann haben wir da hinten noch Kokosnüsse gehabt, die würde ich sonst vergessen. Deswegen hole ich die jetzt mal lieber schnell. Immer so rumrennen ist natürlich anstrengend. Hier liegt noch ein Stein. Bringt mich auf Ideen. Bringt mich auf Ideen. So, einfach nur damit wir hier optimal alles ausräubern, was die Natur uns zu bieten hat. Nehme ich die auch nochmal mit. Oh, das ist ein schönes Atoll. Hier kann man echt bestimmt ein tolles Ferienhaus hin machen. Wenn man denn wollte. Ich mein, jetzt bauen wir momentan sowieso erstmal unsere Ultrabude. Ein Stein. Der bringt mich auf Ideen. Aber ganz ehrlich, hier werden wir keine Axt mehr brauchen, glaube ich. So. Ich dachte vielleicht brauchen wir uns unsere Axt noch auf, indem wir hier die Wollme zu Ende hacken. Das wäre eigentlich ganz praktisch. Andererseits haben wir die Palmwedel noch. Die müssten wir eigentlich auch noch auseinander... Aber, äh, aber ganz ehrlich, da sehe ich momentan noch nicht so den Bedarf. Wobei, das wird sich vielleicht noch ändern. Ich weiß es gar nicht so genau. Lalalala. Lalalalala. Hua! Alter! Ich habe meine Kräfte wieder nicht unter Kontrolle, ich bin aber viel zu stark... Für die Spiel. So. Ihm... 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 Ich muss mir mal angewöhnen, dass ich einfach die Maustaste gedrückt halte. Statt hier dauernd wie so'n Berserker zu klicken. Weil irgendwann klick ich mich nur nur durch den Tisch durch. So, hervorragend. Die Axt ist fast weg, also im Grunde genommen Wenn ich jetzt quasi noch das hier machen würde, wenn ich die noch irgendwie zerteilen würde, wäre die Axt weg Ich könnte mir drüben ja auf der anderen Insel, könnte ich mir schnell ne neue machen. Ich hoffe nur ich krieg da Lashings. Ich hoffe nur die wachsen jetzt trotzdem noch nach Das wäre sonst ärgerlich wenn nicht Da muss ich, muss ich echt mal gucken. Ich könnte natürlich jetzt welche mitnehmen hier, aber Na ja So, einmal rüberziehen Dann haben wir die Palmenfronts auch gleich erledigt und dann haben wir für später, haben wir einfach weniger Arbeit später Dann brauchen wir nur noch die Sachen abzuholen, dann haben wir alles vorbereitet für Zukunftsgronk, der freut sich ja auch mal Wenn der nicht immer nur die Scheiße am Hacken hat Und ich sehe gerade wir haben ja noch mehr Stickys links, die Palmen ist ja noch was länger Ach du Heilige So Das Ding kommt hier noch druf Dann fliegen die Stickys gleich wieder schön rum, weil die gerade auf den anderen Stickys liegen Aber auf jeden Fall haben wir da noch einen kleinen Vorrat, sehr sehr geil Wir können also nochmal zurückkommen, wir können nochmal die Stickys abholen Und vielleicht, ich weiß nicht, wenn es nötig wird, noch ein paar Lashings oder was auch immer Ich hoffe nur die Axtail so lange durch, dass wir die jetzt auch noch kaputt machen, dann müssen wir keine neue machen Ich hätte nichts sagen sollen Das Blöde ist, ach ist auch egal So eins, zwei, drei, vier Ach nee, geht ja nicht Wir brauchen ja noch das Ruder Da haben wir noch ein paar Lashings rumliegen übrigens, netterweise Okay, dann rudern wir mal ganz schnell wieder zurück Und bevor wir bauen, hole ich noch die restlichen Vorräte Nicht böse sein, ich hole erstmal die Vorräte rüber Und dann bauen wir weiter Ähm, ich speicher auch zwischendurch mal lieber, ganz vorsichtshalber So So Und weiter geht's mit dem Außenbootmotor namens Rechter Armmuskel Der Superlative Huiuiui Höhöhö, alter Hm, da fliegt mir das Boot fast davon Zitter, 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 zitter Ja, wie man sieht, wir werden halt sehr viel Zeit immer auf dem offenen Meer verbringen Deswegen kürze ich die Wege ab Und ich will das Ich sag das jedes Mal Jedes Mal, wenn ich das mache Versuche ich mich zu rechtfertigen Ich rechtfertige mich nicht mehr Ich mach's einfach so Weil ich es so besser finde Für mich zum Spielen Huch, alter Voll am rumzucken, der Typ Der braucht mal wieder Der ist glaube ich auf Steroiden oder so Der braucht wieder sein Antibiotika Sonst kriegt er wieder Eagle Herpes Alter, wie der da Alter Sieht aus wie bei Obelix Krass So Dann haben wir Stickies Und zwar gar nicht mal so wenig, wie man dachte 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Ach ja er wieder 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Schön Flimflouim Einen Stein haben wir drüben Wir haben auch alles andere drüben Weißt du was? Dann mach ich mir drüben eine Axt Da muss ich das nicht hier machen Eine Sache, die ich Ja, die kann ich hier grad nicht machen Okay Es ist diese Insel dort, ne? Ja, hier ist die Tür Es ist Jetzt seh ich die nicht mehr Es nebelt Willst mich verarschen? Das Spiel hasst mich, ich weiß es genau So, wie sieht's denn aus? Hunger haben wir nicht ganz so viel Ich überlege grad, ob ich den Hai jagen soll So, was wollte ich, was wollte ich denn hier bauen? Ach wie, ach scheiße Wir brauchen noch Dingens Wir brauchen noch Fronts Und ich wollte mir dann eine Axt machen Aber ich wollte dann Ähh Das wollte ich auf der anderen Insel machen Weil hier brauche ich ja keine Axt Hm Hier ist die Tür Ähh, es müsste die Richtung sein Irgendwie Ah, jetzt Ich bin gespannt Ich hab nämlich keinen Bock Ich hatte keinen Bock zu warten Ich hatte keinen Bock jetzt schon anzufangen Weil dann hätte ich mir wieder Axt machen müssen Und ich will die Ressourcen momentan noch so ein bisschen schonen Schonen Und die Steine auf unserer Insel Ich war mir nicht mehr ganz sicher Aber ich glaub die reichen grad für ein Lagerfeuer oder so Ich weiß es gar nicht mehr Oh oh Wenn der Hai uns jetzt hier aus der Wanne wirft Dann sind wir verloren Ich hab zum Glück geladen Ähh, gespeichert Boah, bin ich grad angespannt Hier unten ist ein kleines Atoll Ah, Atoll Ah, Atoll Weil ich das Gefühl habe Sobald ich aufhöre zu rudern Weil ich das Gefühl habe, sobald ich aufhöre zu rudern Ist alles vorbei Und ich sehe nichts Außer einen weiteren Hai Schöne scheiße Schöne scheiße Schöne schöne scheiße Und da ist der Andrei Und ich hab das Gefühl wir sind schon viel zu lange unterwegs Ich habe das Gefühl der Weg dauert normalerweise nicht so lange. Ich glaube wir sind verschollen. Boah das Gluckern unten grad drunter, das war mies. Boah ich hoffe der Nebel löst sich gleich, aber ich habe das Gefühl wir sind an der Insel vorbei. Wir sind sowas von an der Insel vorbei. Und ich habe keine Ahnung wo wir hier gerade hinrudern. Und ich sehe nichts. Scheiße. Nein. Naja wir haben ja gespeichert, also notfalls, 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 notfalls können wir ja wieder raus und wieder rein. Aber jetzt würde ich schon gerne wissen wo wir hinkommen. Die Sonne geht langsam unter und es gibt keine Insel in unserem Weg kreuz und der Nebel löst sich einmal nicht auf. Boah der war so schlecht getimt der Nebel, der war so schlecht getimt, so ein Arschloch Nebel. Und ich bin grad ganz fasziniert davon wie die Sonne sich auf dem Meer reflektiert. Also das tut sich natürlich auch in der Realität und da bin ich noch viel faszinierter, aber selbst hier, oh was ist das denn? Komm mal über... Oh! Have some fun! Alter, ich komm nicht mehr rein! Komm mal über... ... 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 Johnny ... ... Okay, wir waren ja schon. Wir waren da drüben im Wrack. Wir waren hier auf der Suche nach Pillen. Aber ich habe absolut keine Ahnung mehr, wo wir hier sind. Ja, wir waren hier. Ja, wir waren hier. Aber die Frage ist, wie finden wir jetzt unsere Hausinsel zurück? Ich könnte hier natürlich schön Holz mitnehmen. Ach, guck mal da. Ah, naja, das ist ja lieb. Na, sowas großzügiges vom Vergangenheitskronk, dass wir uns hier ein bisschen Vorräte zurückgelassen hat. Problem ist nur, ich... Ist das da? Ist das da die Insel, wo wir hinwollten? Wir könnten uns natürlich hier auch eine Axt machen und hier auch eben mal Stickys sammeln. Aber der Weg hierher ist doch sehr beschwerlich und ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Insel das hier ist. Ich kann es nicht sagen. Also Steinausbeute ist natürlich wieder optimal. Wow, hey, doch ein zweiter. Ist ja unglaublich. Also wenn mit der Ausflug nicht umsonst war, kann ich eigentlich echt, äh... Ja, vier, acht, zwölf Stickys könnte man mitnehmen. Allerdings braucht es dafür auch den Optimismus, dass wir halt wieder zurückkommen, ne? Die Lampen sind übrigens geil fürs Haus. Und es sind gleich zwei. Also ich könnte theoretisch die beiden Lampen mitnehmen fürs Häuseli. Was wollte ich hier? Ach, ich wollte den Dingens, äh, äh, hier. Nehme ich nochmal einen Lashing mit? Kennst du vielleicht Goethe und Lashing? Die haben früher so Sachen geschrieben. Äh, so cooles Street Poetry. Und Fanfictions natürlich auch. Wo habe ich jetzt das Zeug hingelegt? Verdammend! Ne, hier sind die Lashings. Hä? Warum bin ich jetzt den Stein mit dem Dingens, mit dem Stick hingelegt? Hallo! Da! So, hier, zack! Tja, was soll's? Ich meine, wir brauchen ja eh Vorräte. Und wenn wir das Haus noch größer machen wollen, wenn wir das noch überdachen wollen und so weiter. Naja. Der Weg ist ein bisschen weiter, aber dank unseres, äh, dank unseres Special Speed Tricks geht's ja zum Glück ein bisschen schneller. So, dann bereite ich das auch nochmal hier vor, ne? Wir kommen ja eh von der Seite. So. Dann mache ich das wie vorher. Ich holz erstmal alles klein, ziehe das dann hier hin, holz weiter und so weiter. Ne? So, so mache ich das dann wieder. Oh Mann, Scheiße. Wir sind viel zu weit von zu Hause entfernt. Und ich habe doch ein bisschen Bammel, dass wir nicht zurückfinden. Und ich will nicht laden, denn eigentlich gehört das ja mit dazu zum Risiko. Wenn wir mal ehrlich sind. Scheiße, 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 Scheiße. Und ich klick schon wieder, wie ein Berserker. Ich muss einfach Maustaste gedrückt halten, muss ich mir mal merken. Ging ja bei den Haien mit der Axt offenbar auch. Ich frage mich immer noch, ob wir den Hai dann wirklich immer die ganze Zeit getroffen haben. Weil der hat ja jedes Mal gezuckt, ne? Also als wir mit der, mit der Axt da so Automatik letzte Folge draufgehauen haben. Das muss doch eigentlich funktioniert haben. Theoretisch zumindest. So. So... Boah, ich wünschte man könnte sich irgendwie... ...wahlweise ans Bötchen noch irgendwas dran machen, so ne Kiste oder irgendwas, ich weiß nicht genau was... ...wo man noch Sachen mit transportiert oder bla, oder... ...dass man sich selber einen größeren Rucksack machen kann, wo man dann noch Sachen reinlegen kann... ...weil das ist so, ah, mit diesem begrenzten, mit diesem mega begrenzten Inventar immer... ...das ist so traurig... So, dann holen wir uns gleich die nächste... ...die da wird gehen... Oh mann, oh mann, oh mann, oh mann, oh mann, oh mann... Also diese, die, diese restliche und natürlich auch die nächste Folge, hallo? Werden wir natürlich jetzt erstmal, äh, Baufolgen haben, wie es aussieht... ...diese Folge wahrscheinlich Ressourcenbeschaffung... ...beschaffung... ...und äh, nächste Folge dann wahrscheinlich... ...eine Baufolge... ...kann man sich schonmal mental drauf vorbereiten... Kämpf doch mal gegen Haie! Ich mag das immer bei den Leuten, das Konzept eines Survival-Games immer so ein bisschen... ...aber ganz ehrlich, ich kämpfe ja auch gerne gegen Haie, aber... ...ich find's momentan so ein bisschen sinnlos... ...weil die Haie scheinen seit dem letzten Update irgendwie sehr imbar zu sein... ...sehr, sehr imbar... ...und vor allen Dingen auch sehr, sehr aggro... ...so... ...also Stickys kriegen wir hier noch ein paar... ...wenn wir ein paar Insel abklappern, ich glaube, da können wir uns ein schönes Haus zusammenzimmern... ...wird natürlich noch ein paar Folgen dauern, aber ganz ehrlich, ich glaube... ...der Einsatz wird sich lohnen... ...binden fast überzeugt davon... ...da machen wir uns nicht nur so ein kleines Popelhaus wie auf der Insel mit dem Schiffchen... ...sondern wir machen uns da mal so ein... ...so eine richtige Bude, weißt du? Mal was Vernünftiges... ...so, Alter, hier haben wir noch drei... ...da hinten... ...da ist auch noch eine, oh... ...also holztechnisch... ...ist das hier sicherlich nicht die letzte Wahl, die man haben kann... ...so, mal gucken, wie lange die Axt hält... ...Steine haben wir, glaube ich, auch noch einen, ne? Jetzt hab ich einmal zwei Steine gefunden... ...also notfalls können wir uns noch eine Axt machen... ...sollte Not am Manne sein... ...und dann können wir hier die ganze Insel abräubern... ...wir müssen halt nur wieder hin und her rudern... ...und die ganze Scheiße leider immer... ...mit zurückbringen... ...so, zack... ...wann wollen wir mal? Ach, ein Träumchen hier... ...echt ein Träumchen... ...guck mal, wie schnell der Mond hier vorbeizieht gerade... ...ich glaub, der hat's eilig... ...der kann die Scheiße nicht mehr ertragen hier... ...dass wir die ganze Zeit nur beim Hämmern sind... ...aber wir haben ja einen Hämmer-Turm... ...ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha... ...ja... ...so... ...ha, das wird schön... ...boah, hier drin wird's richtig kalt grad... ...ich hab vor der Aufnahme das Fenster aufgemacht... ...und seit 23 Minuten lüftet jetzt hier irgendwie... ...minus 50 Grad rein... ...kalt, kalt, 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 kalt... ...kalt, kalt, kalt, kalt... ...so, dat hätten wir... ...das Gemüse kommt hier drüben... ...an die Salatbar... ...dann holen wir uns gleich den nächsten Baum... ...und dann können wir hier nach und nach... ...hinterher können wir noch die Kokosnüsse abernten eigentlich... ...die können wir dann auch nach vorne sammeln... ...falls mal... ...falls mal so was brauchen sollten... ...alter... ...huiuiui... ...soo... ...toll... ... ... ...also ich versuch die immer in einer Linie... ...damit die nicht kreuz und quer da rumliegen... ...ne, nicht wundern... ...so... ...ich hoffe nur wir finden nach Hause... ...ich hoffe so sehr wir finden nach Hause... ...oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei, oh wei... ...so... ...also Stickys kriegen wir hier glaube ich mehr als genug... ...ich wünsche die Locks könnte man mitnehmen... ...das wär natürlich geil... ...obwohl die bräuchten wahrscheinlich einen Inventarslot... ...und man würde wahrscheinlich genau gar nichts sparen... ...aber es wär natürlich schön wenn man... ...so einen Viererslot lockst... ...das wär natürlich schön... ...das wär richtig geil, hätten wir gar keine Probleme mehr... ...Lock mitnehmen, stacken, fertig... ...so... ...poah... ...ha, schnarr ich... ...Vorräte beschaffen ist ein bisschen lahm... ...so... ...der nächste Baum... ...ääh... ...der nächste... ...der nächste Abschnitt vom Baum natürlich... ...alter Finne... ...ich hoffe Greenpeace... ...wird dieses Let's Play nie sehen... ...ich mach mal ganz vors Fenster zu mir... ...friert hier gerade alles ab... ...warte kurz... ...so... ...ich weiß nicht ob man das gehört hat gerade aber... ...ich hoffe gleich... ...jetzt wird gleich ein bisschen wärmer hier... ...ich bin ja innerlich voll am schlottern gerade so... ...sieht ja schon mit blauen Lippen... ...und seh aus wie Edward mit den Scherenhänden... ...nur statt einer Schere hab ich da eben ne Maus dran... ...so... ...wie sieht's aus? ...die Axt wird bald auseinander fallen... ...das ist auch völlig in Ordnung... ...ich glaub eine Palme kriegen wir noch hin... ...und danach müssen wir mal gucken... ...da machen wir uns vielleicht vom Acker... ...und ich weiß auch nicht genau... ...die Kokosnüsse fallen ja offenbar alle ins Meer... ...da müssen wir vielleicht gleich noch ein bisschen Sport tauchen... ...um die zusammen zu kriegen... ...wenn wir das überhaupt wollen... ...aber... ...ganz ehrlich ich kann mir vorstellen... ...das wird irgendwann mal nützlich werden... ...ich frage mich wie man das am effektivsten macht... ...übrigens... ...wenn man hier wirklich richtig effektiv... ...die Inseln abräubern will... ...dann müsste man wirklich alles mitnehmen... ...von der Insel... ...man müsste die komplett leer machen... ...bevor man zur nächsten fliegt... ...ähähähäh... ...schwimmt... ...so... ...so... ...Krebse freuen sich... ...die kriegen ja erstmal so ein schönes Klettergerüst... ...also ein bisschen Abenteuerspielplatz... ...links sieht man schon wie die da rumfeiern sind... ...die eine hat da grad versucht auf den Baumstamm zu springen... ...das fand ich sehr süß... ...aber... ...zwecklos... ...bin ich fast abgerutscht... ...hat zumindest keiner gesehen... ...alter Finne... ...also wir kriegen ja definitiv einiges an Stickys zusammen... ...mehr als auf der anderen Insel... ...ich fürchte wir werden hier definitiv nochmal wiederkommen müssen... ...und ich dachte... ...ich dachte da werden nur irgendwie zwei, drei kleine Inseln... ...ähäh... ...zwei, drei kleine Palmen auf der Insel... ...aber wir haben ja einen richtig... ...alter... ...wir haben ja einen richtigen botanischen Garten... ...so... ...ich weiß gar nicht wie ich die alle hier wegkriegen soll... ...ich glaub da müssen wir ein paar mal paddeln... ...schöne Scheiße... ...also wie gesagt... ...diese Folge haben wir wenig Action... ...dafür haben wir viel Vorratsbeschaffung... ...und in der nächsten Folge können wir mit den ganzen Vorrednern... ...hoffentlich weiterbauen... ...das würde mich sehr freuen... ...so... ...da ist genau jetzt die Axt implodiert... ...so... ...was ich jetzt nochmal mache... ...Hopsa... ...Hopsa... ...so... ...die Lichter würde ich natürlich gerne mitnehmen... ...aber ganz ehrlich... ...das hier brauche ich nicht unbedingt... ...das hier brauche ich da nicht unbedingt... ...den einen Stein nehmen wir nächstes Mal mit... ...dafür nehmen wir... ...glaub ich so viele Stickys wie möglich mit... ...und bevor wir das tun... ...sammeln wir nochmal ganz kurz die Kokosnüsse... ...denn wir wollen hier alles sauber hinterlassen... ...das Problem ist nur... ...ich weiß überhaupt nicht ob ich alle zusammenkriege... ...ich versuch's nur nach bestem Wissen und Gewissen... ...ich mag das wenn man so weit ins Wasser reingehen kann... ...so... ...da sieht's doch verdächtig aus... ...na... ...dadurch dass die hier immer so am rumwabern sind... ...hat man die nicht immer so im Fokus... ...sind ich nur noch welche tiefer... ...ne ne... ...boah ich find das so geil hier rum zu schwimmen... ...es tut mir leid... ...wir müssen uns echt mal... ...kann man hier eigentlich... ...ich frag mich auch mal ob man hier Sauerstoff tanken kann... ...an diesen... ...an diesen Outlets... ...fänd ich irgendwie geil... ...kannste tauchen... ...zwischendurch noch Luft holen... ...an diesen komischen Dingern... ...wo ging denn das immer... ...das war doch bei irgendeinem Spiel... ...das man zwischendurch immer... ...bei Sonic war das glaube ich... ...oh... ...noch zwei Steine... ...krass... ...und da kommt sofort der Hai... ...kaum betreten wir das kühle Nass... ...kommt natürlich sofort mindestens fünf Haie... ...so... ...drei Kokosnüsse kann ich noch... ...eins... ...zwei... ...drei... ...hier müssten eigentlich auch noch irgendwelche sein... ...glaub ich... ...ich kann es gar nicht so richtig beurteilen... ...da... ...okay wir können noch eine Runde machen... ...aber das machen wir nur damit wir die Insel auch wirklich aufräumen... ...sozusagen... ...und wenn wir später wieder kommen... ...dann haben wir hier Kokosnüsse... ...dann haben wir hier alles... ...und können alles einfach nur mitnehmen... ...so... ...eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...und... ...eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...ein Steinchen haben wir auch noch... ...zwei sogar... ...eins...zwei... ...und dann düsen wir gleich zurück... ...was sagt die Uhr... ...aber okay... ...eigentlich können wir die Kokosnüsse noch mal kurz essen gleich... ...denn ich weiß nämlich nicht genau... ...ob wir jetzt wieder zurückfinden werden... ...das ist das größte Problem was wir jetzt haben... ...so hier... ...nichts... ...hier irgendwas... ...nichts... ...ich mach mir echt ein bisschen Sorgen... ...dass wir den Weg nicht finden... ...so... ...zack... 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 ...ach das ist das Schiff da hinten... ...okay... ...ich dachte grad was... ...ach da sind wir ja schon... ...ich dachte grad was gucken aus dem Wasser... ...äh... ...so... ...dann machen wir hier nochmal... ...eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...die beiden... ...essen wir einfach mal gerade... ...wir haben gar keine Axt... ...wir können die gar nicht essen... ...eins...zwei... ...wir können theoretisch hier noch ne neue Axt machen... ...wai ganz ehrlich... ...haben wir ja noch von diesem... ...wir können uns... ...glaub ich keine neue Axt machen... ...wai dazu fehlt uns... ...das Juckerzeug, oder? Ne, wir hatten hinten auf der Insel... ...lag doch noch was rum, oder? War das nicht so? ...haben wir das gleich nicht da geklaut? ...eins...zwei...drei... ...Gottseidank... ...so... ...dann haben wir das Juckerzeug... ...ein Sticky und einen Rock... ...kriegen wir auch noch zusammen... ...dann können wir uns noch ne Axt machen... ...zumindest um ne Kokosnüsse zu essen... ...und später vielleicht... ...lassen wir dann einfach hier liegen... ...die Axt... ...zack... ...dann können wir hier einfach nochmal... ...die restlichen Bäume weghauen... ...so... ...zack... ...und zack... ...eine krude Axt... ...so Stickys kann ich behalten... ...die Lashings lege ich mal wieder hier hin... ...und... ...die Axt kann ich dann theoretisch auch hier hinlegen... ...die Lampen will ich mitnehmen... ...ähm... ...dann machen wir das eben mal ganz kurz... ...eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...eins... ...zwei... ...drei... ...vier... ...ich hoffe es wird nicht gleich wieder dunkel... ...oh... ...wollte ich gar nicht... ...äh... ich wollte eigentlich hier... ...hallo... ...jetzt kann ich die nicht mehr... ...komisch... ...zwei... ...drei... ...ich hab das Gefühl... ...manche... ...ääh... ...manche Kokosnüsse... ...die man vor dem Update schon runtergeschlagen hat... ...kann man nicht mehr benutzen... ... ...vleicht... ...vleicht haben wir da schon draus getrunken... ...und der hat jetzt einmal nicht gespeichert... ...dass das jetzt ein Drinkable ist... ...keine Ahnung... ...ich kann es nicht sagen... ...so... ... Boah ich weiß noch wie ich die ersten Nächte hier immer Krabben gebraten habe... ...alter... ...wat für'n Krampf... ...so... ...was haben wir hier noch... ...da haben wir noch eine Palme... ...da haben wir noch zwei Palmen... ...okay... ...die Uhr sagt okay... ...Inventar sagt... ...Axt loswerden... ...und die Axt... ...die Äxte kann man eigentlich sogar stacken... ...ich bin so doof... ...eiglich sollte ich das vielleicht sogar machen... ...aber ich will natürlich möglichst viel Holz... ...mitnehmen... ...ein zwei drei... ...ne ne 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 ne... ...so... ...Pal haben wir schon drin... ...und ich hoffe... ...wir finden jetzt die richtige Insel... ...ich hab' keine Ahnung... ...es ist wahrscheinlich die da hinten... ...nicht diese da... ...sondern die da hinten... ...wir ruhen aber erst mal zu der da... ...Scheiße... ...speichern... Ob wir diese Insel ja wieder finden, weiß ich natürlich auch nicht, da müssen wir theoretisch an der da vorbeidüsen erstmal Ich glaube das da ist unsere, unsere vorherige Insel, kann ich mir vorstellen und da sind wir einfach dran vorbeigedüst im Nebel Und sind wir dann quasi bei der da gelandet, wo von da aus, ne da zeigt glaube ich kein Pfeil drauf, das weiß ich nicht Wir kriegen das schon hin und wenn wir hier ein paar Insel abrudern ist egal Äh, scheiß Heil Du stinkst Deine Mutter hat Salmonellenvergiftung So jedenfalls ähm Ich hab immer Angst, dass das Floß uns gleich weggerudert Ähm, was wollte ich jetzt sagen Achso, selbst wenn es jetzt nicht die Insel ist, dann rudern wir einfach alle mit unserem Ultraspeed rechtem Masturbationseinsamer Inselarm, rudern wir hier einfach mal alles ab So, und dann ähm Guck mal da sind nämlich Boah, der Drecksack, der wollte uns grad umbubben, ich hab's gesehen Huch Das ist die Insel, ach guck mal eine an Höhöhöhö Die brauchen wir ja nun nicht mehr Allerdings haben wir noch den Motor und so alles hier rumfliegen natürlich Stickies haben wir auch noch ein paar Äh, hier noch das Haifleisch Und natürlich auch noch jede Menge gekrempelt Das müssten wir alles nochmal auf unsere neue Insel ziehen Allerdings weiß ich von hier aus gesehen nicht mehr welche das ist Ich kann's echt nicht sagen, aber interessant, dass wir da Was mit der Palme da hinten Interessant, dass wir da immer wieder hinkommen Finde ich irgendwie cool, Schnauzehai, ich hab zu tun Ob es eine von denen ist, verdammt Wir kommen ja von der da Oder von der, oder Ich hab keine Ahnung So, ich speicher hier nochmal ganz kurz Zack Und schwimme mal die Insel da hinter dem Anker an, ich weiß nicht genau warum Eieieieiei, es könnte aber auch die Insel sein, die grad rechts am Monitor klebt Oder die links am Monitor klebt Ah, ich weiß es einfach nicht Wir müssen ja leider ein paar Insel abrudern Und auch wenn du denkst du weißt genau Uah, auch, uah, uah, uah Auch wenn du denkst du weißt genau welche Insel es war Du weißt es einfach nicht Und ich weiß, da steht dann wieder in den Kommentaren tausendmal Ja, du musst zu der und der Insel Uah, da ist genau die und die Insel Aber, wenn man erstmal im Nebel war Dann kann es jede Insel gewesen sein Zumindest wenn man danach auf irgendeiner Boah ne, ist mir zu riskant gerade Da bräuchte ich eigentlich echt für unterwegs den Kompass Und was heißt, was heißt eigentlich riskant Das kann eigentlich ja jede sein Ich würd so gern einfach mal mit dem Sauerstoffgerät Den Meeresboden abtauchen Einfach nur mal so gucken Was es da so gibt Und ich weiß natürlich nicht Ob Haie uns da unten dann auch auflauern Ganz unten Weil die ja meistens in der Oberfläche schwimmen Aber ich hab eh das Gefühl Dass die Haie sowieso immer eher so in unsere Richtung kommen Ganz egal wo wir gerade sind Wir können auch mit dem Flugzeug fliegen Wahrscheinlich greifen die Haie Die Haie haben das Flugzeug angegriffen Deswegen sind wir auch hier gelandet schließlich Ich sehe auf dieser Insel gerade keine Palme Von hier aus zumindest Das ist ein gutes Zeichen Und sie hat einen Ausläufer Einen großen großen Ausläufer Sieht aber nicht aus wie unsere Insel Ich bin mir nicht sicher Aber es sieht einfach nicht aus wie unsere Insel Weil wir hatten nicht so viele Sandbänke Um die Ecke Und das eine das links könnte eine Palme sein Und bei uns sind da keine Palmen mehr übrig Insofern Ist das nicht unsere Insel Aber egal Gucken könnte man theoretisch trotzdem Ach siehste da haben wir auch schon Bettchen gebaut Moment mal Das ist doch Dann muss das doch unsere Insel sein Ich hoffe das funktioniert Wenn er uns jetzt hier nicht runter bubst Ist alles gut Schwimm 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 um dein Leben Unsichtbarer Paddelmann Ich sehe gerade wieder Wie der Schatten vom Paddel da im Wasser Die ganze Zeit am rumhampeln ist Schwimm du unsichtbarer Paddelmann Schwimm 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 Paddelman Oh Paddelman Pa 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 Paddelman Deswegen kriegen wir auch keinen Sonnenbrand Weil wir einfach unsichtbar sind Die Sonne geht einfach durch Boah das sind wir jetzt aber echt weit Das sind wir echt weit gepaddelt ne Ja Schnauze Hai Ich hab ja Business Ja lass mich mal in Ruhe Ich hab einen Passierschein ZX81-3 Komm schon zeig das Haus zeig das Haus Ja da ist das Haus Juhu 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 Wir haben es geschafft Und ein Hai spielt wieder Klavier Ganz malerisch Ich lege mal hier brav an der Seite an Oh Wenn man so dynamisch und voller Lebensfreude Hier anlegt Ich mach mal folgendes Vielleicht Tu ich mal einfach die Lampen Man kann ja eh nicht damit craften Ich kann die jetzt ja hier nirgends anbringen Leider Würde ich gerne So Eine da hinstellen Und eine hier so Mal gucken ob das hier geht wenn ich hier im Henkel greife Das geht sogar sehr gut Nein Äh Da muss man Das ist ein bisschen akribisch hier So dann hätten wir hier zumindest zwei Lampen Ich hoffe die wird nicht vom Meer weggespült Und ich hoffe das funktioniert einigermaßen Dass man die aus der Entfernung sieht Das wäre ganz toll Dann sieht man hier zumindest dass wir hier hin müssen So was wir jetzt haben Sind auf jeden Fall drei vier Stickys Hohohohohohoho Alter Huiiii Ich glaube Ich glaube ich glaube Wir können tatsächlich jetzt erstmal Wenn die Sonne jetzt sowieso wieder untergeht Nachts Schwimm ich jetzt mal nicht rum durch die Gegend Weißt du was dann Ich würde die Lampen gerne noch irgendwie safe stellen Oder vielleicht noch auf so ein Leuchtturm auf so eine Art Dass man da wirklich so ein Podest macht Und dann so ein Ding drauf stellt Irgendwie sowas Das wäre eigentlich ganz cool Aber würde scheiße aussehen glaube ich Naja So Hungertechnisch sind wir bestens gerüstet Guck mal Also nachts sieht man doch bestimmt dass man hier wohnt oder? Oder müssen wir die wirklich noch erhöht machen irgendwo Vielleicht auf dem Felsen oder so Keine Ahnung Aber eigentlich ist es doch ganz cool Und je mehr Lampen wir finden Dann können wir hier irgendwann so eine Tiki Kette um die Insel machen Und dann sehen wir aus allen Richtungen immer Aha Da ist die richtige Insel So Hammer haben wir Aber das einzige was wir natürlich nicht haben Wir brauchen natürlich noch Lashes Ähm Kann man die mit dem Hammer rausschlagen Irgendwie? Ne ne Ich habe nämlich das Messer noch auf der anderen Insel gelassen Ich sollte hier vielleicht mal ein Messer irgendwie auch mitbringen Oh Find mir einfach nochmal einen Stick Oh nochmal ein Stein Ähm Wenn man gar nichts mehr hat Dann empfiehlt es sich wahrscheinlich nach Sachen zu tauchen oder? Weil dann kriegst du ja ja Also Kokosnüsse kannst du vielleicht noch in die Luft werfen und so Das ist furchtbar anstrengend Übrigens das kostet zu viel Ausdauer Deswegen mach ich das nicht Ähm Guck mal da vorne leuchtet es Das ist ganz cool Wenn ich jetzt Jucke nochmal finden würde hier Äh kann ich natürlich mit dem Hammer nicht ernten Da kann ich nur mit der Axt rein Oder halt mit dem Messer oder mit Machete Und ich habe nichts dergleichen hier auf der Insel Cool wie das jetzt leuchtet Boah das ist total geil Na gut Das letzte Lashing Das letzte Lashing Dann machen wir uns für die Insel hier noch eine Axt Aber dann Fürchte ich werden wir erstmal Lashings ernten müssen Ach wir hatten einen Stein nicht doofi Wir haben ja gerade noch einen Stein gefunden Da kann ich den Stein ja auch wieder hinlegen Das war ja schlau Und einen Stick haben wir ja auch gefunden Ich bin so schlau Lalalalalala So Mit der Axt hole ich jetzt nochmal ganz schnell Lashings Und dann hoffe ich mal dass die Uah Ich will ja die Kokosnussi durch andern bringen Ähm dann hoffe ich mal dass die in der nächsten Folge Irgendwie auf magische Art und Weise nachwachsen Weil so viele wie man da braucht Ist das wirklich doof Dass die so lange zum Nachwachsen brauchen Weil die kannst ja auch nicht mal eben irgendwo auf einer anderen Insel holen Also kannst du schon Aber da lohnt sich der Weg einfach nicht Weil da müssen die dann auch nachwachsen Da müsstest du theoretisch alle Inseln abfahren Das ist doof So vier Stück haben wir Reicht für eine Wand oder so Ne für Ach das ist ja für das Dach Ok dann haue ich die Lashings mal hier so hin 1 2 3 4 So hammer 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 hart Und dann würde ich sagen In der nächsten Folge bauen wir mal ein bisschen weiter Stickys haben wir jetzt erstmal Ich hoffe das wird noch ein bisschen reichen Bin gespannt wie weit wir kommen Oh weh Ja hammer Boah das war aber wirklich Glück Dass wir von der Insel wieder zurückgekommen sind Also von dieser einen da wo wir gelandet sind Und dass wir da auch drauf waren Das ist ja unfassbar Aber es macht viel mehr Sinn wenn man weiß Dass wir tatsächlich äh In der Nähe unserer Ursprungsinsel waren Die wir von hier aus natürlich nicht mehr verzeichnet haben Von der neuen Insel aber Da müssen wir noch die ganzen Motorteile und sowas holen Die müssen wir alle nochmal rüber retten Und sobald wir das gemacht haben Können wir eigentlich mal anfangen Nach dem letzten Motorteil zu suchen Jetzt erstmal würde ich gerne in der nächsten Folge Und so würde ich gerne erstmal das Haus bauen Soweit wir da kommen Vielleicht nochmal zu der anderen Insel Zu der entlegenen Insel hin Die ganzen Stickys holen Die da übrig sind Und die auch hier rüber retten Und dann müssten wir eigentlich auch schon Ein fertiges Häuslein haben Ich hoffe das reicht alles aus Und dann ähm Naja warum Kinkerlitzchen Wir bauen uns natürlich gleich eine fette Bude hin Man könnte ja auch klein anfangen Aber pfff Das ist natürlich viel zu luschi Wir legen natürlich richtig los Ja in der nächsten Insel Äh in der nächsten Insel In der nächsten Folge Wird erstmal ein bisschen gebaut Vielen Dank fürs Zuschauen Vielen Dank für die Geduld beim Sammeln Und bis zur nächsten Folge Ciao Mit äh Heute mal mit P